Gleis 10, Einfahrt IC 2272 nach Rostock Hauptbahnhof über Oranienburg. In den Abschnitten C bis E, Abfahrt 9.44. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9, Einfahrt RE 5 nach Neubrandenburg über Oranienburg. In den Abschnitten B bis E, Abfahrt 9.48. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 10, Einfahrt IC 1714 nach Ostseebad Binz über Stralsund. In den Abschnitten B bis E, Abfahrt 9.53. Heute 1. Klasse in Abschnitt B. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 10, Einfahrt FEX 189.27 nach Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 bis 2 über Berlin-Ostkreuz. In den Abschnitten C bis E, Abfahrt 10 Uhr 2. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 6 nach Wittenberge über Berlin-Spandau. Abfahrt 10 Uhr 5 von Gleis 9. Direkt gegenüber RE 5 nach Neustrelitz Hauptbahnhof über Oranienburg. Abfahrt 10 Uhr 21 von Gleis 9. Direkt gegenüber EC 57 nach Rütscher-Mischme-Kürfel über Frankfurt-Oder. Abfahrt 10 Uhr 35 von Gleis 8 und IC 146 nach Rhein über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 10 Uhr 38 von Gleis 7. Gleis 8 steht EC 57 nach Brütscher-Mischle-Kürfel über Frankfurt-Oder. In den Abschnitten C bis F. Abfahrt 10 Uhr 35. Gleis 7 steht EC 146 nach Rhein über Hannover Hauptbahnhof. In den Abschnitten B bis F. Abfahrt 10 Uhr 38. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt. Bitte beachten Sie in den Bahnhöfen und Zügen die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Verordnungen und Gesetze. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Gleis 7, Einfahrt FEX 18, 9, 26 nach Berlin Hauptbahnhof Tief. In den Abschnitten D bis F. Abfahrt 11 Uhr 2. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 8, Einfahrt FEX 245 von Rhein, Ankunft 11 Uhr 16. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7 steht ICE 599 nach München Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. In den Abschnitten A bis F. Abfahrt 11 Uhr 19. Gleis 10, Einfahrt CEX 43 nach Ostseebad Binz über Stralsund. In den Abschnitten A bis E. Abfahrt 11 Uhr 27. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9, Einfahrt FEX 6 von Wittenberge. Weiter als REX 6 nach Wittenberge über Berlin Spandau. Abfahrt 12 Uhr 5. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, Einfahrt ICE 10, 42 in den Abschnitten A bis D. Ankunft 11 Uhr 59. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE5 nach Berlin Südkreuz über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 12 Uhr 12 von Gleis 6. Direkt gegenüber IC 19, 78 nach Rostock Hauptbahnhof. Abfahrt 12 Uhr 14 von Gleis 9 IC 21, 77 nach Dresden Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 12 Uhr 19 von Gleis 6. Direkt gegenüber FEX 18, 9, 37 nach Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 1 bis 2 über Berlin Ostkreuz. Abfahrt 12 Uhr 32 von Gleis 10 und EC 59 nach Gdyniagowna über Frankfurt oder Abfahrt 12 Uhr 35 von Gleis 8. Gleis 6, Einfahrt IC 21, 77 nach Dresden Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. In den Abschnitten A bis C. Abfahrt 12 Uhr 19. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 6, Einfahrt IC 16, 30 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. In den Abschnitten A bis D, Abfahrt 12 Uhr 35. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 6, Einfahrt IC 16, 30 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. Information zu ICE 694 von Stuttgart Hauptbahnhof. Ankunft 12 Uhr 40. Heute circa 30 Minuten später und von Gleis 8. Ich wiederhole. ICE 694 von Stuttgart Hauptbahnhof. Ankunft 12 Uhr 40. Heute von Gleis 8. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz auf der Strecke. Information zu EC 59 nach Gdynia Gona über Frankfurt oder Abfahrt 12 Uhr 35. Heute circa 15 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Achtung am Gleis 7, Einzug fährt durch. Ich wiederhole. Achtung am Gleis 7, Einzug fährt durch. Information zu ICE 935 von Saarbrücken. Ankunft 13 Uhr 5. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Umleitung des Zuges. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 8 steht EC 59 nach Gdynia Gona über Frankfurt oder in den Abschnitten D bis F. Abfahrt ursprünglich 12 Uhr 35. Ihre nächsten Anschlüsse RE 5 nach Berlin Südkreuz über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 13 Uhr 10 von Gleis 6 ICE 758 nach Köln Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 13 Uhr 31 von Gleis 6 ICE 691 nach München Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 13 Uhr 19 heute circa 15 Minuten später heute von Gleis 8 direkt gegenüber. Und EC 49 nach Warschau über Frankfurt oder Abfahrt 13 Uhr 43 von Gleis 8 direkt gegenüber. Information zu IC 2178 nach Rostock Hauptbahnhof über Oranienburg. Abfahrt 13 Uhr 44 heute circa 25 Minuten später. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz auf der Strecke. Gleis 7 ICE 758 nach Dresden Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. In den Abschnitten D und E. Abfahrt 14 Uhr 19. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 3 nach Lutherstadt Wittenberg Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 14 Uhr 26 von Gleis 5 RE 2 nach Wittenberge über Berlin Spandard. Abfahrt 14 Uhr 28 von Gleis 7 RE 3 nach Anklam über Bernhau. Abfahrt 14 Uhr 39 von Gleis 9 RE 2 nach Berlin-Lichtenberg. Abfahrt 14 Uhr 39 von Gleis 10 und RE 5 nach Rostock Hauptbahnhof über Oranienburg. Abfahrt 14 Uhr 48 von Gleis 9. Gleis 9 Einfahrt RE 3 nach Anklam über Bernhau. Abfahrt 14 Uhr 39. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9 Re 3 nach Berlin-Lichtenberg. Information zu RE 2 nach Berlin-Lichtenberg. Abfahrt 14 Uhr 39. Heute circa 5 Minuten später. Ihre nächsten Anschlüsse EC 49 nach Warschau über Frankfurt oder Abfahrt 13 Uhr 43. Heute circa 60 Minuten später. Heute von Gleis 10 RE 5 nach Rostock Hauptbahnhof über Oranienburg. Abfahrt 14 Uhr 48 von Gleis 9 direkt gegenüber ICE 838 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Halle Saale. Abfahrt 14 Uhr 54 von Gleis 7 RE 6 nach Wittenberge über Berlin-Spandau. Abfahrt 15 Uhr 6 heute von Gleis 5 und ICE 759 nach Ostseebad Binz über Stralsund. Abfahrt 15 Uhr 12 von Gleis 9 direkt gegenüber. Gleis 10 Uhr 45. Grund dafür ist die Reparatur an einer Weiche. Gleis 6 Einfahrt RB 27 von Basdorf. Weiter als RB 27 nach Basdorf über Schöner Linde. Abfahrt 16 Uhr 2. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt RE 5 nach Finsterwalde über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18 Uhr 10. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt RE 5 nach Berlin-Hauptbahnhof Tief in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 18 Uhr 19. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse EC 604 57 nach Breslau über Frankfurt oder Abfahrt 18 Uhr 24 von Gleis 7 EN 27 nach Budapest New Gartin über Bratislava. Abfahrt 18 Uhr 24 von Gleis 7 NJ 457 nach Wien-Hauptbahnhof über Breslau über Breslau. Abfahrt 18 Uhr 24 von Gleis 7 FEX 18 9 61 nach Flughafen Berlin-Brankenburg Terminal 1 bis 2 über Berlin-Ostkreuz. Abfahrt 18 Uhr 24 von Gleis 7 NJ 457 nach Münster-Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 18 Uhr 38 von Gleis 7. Gleis 7 steht EC 604 57 nach Breslau über Frankfurt oder mit EN 27 nach Budapest New Gartin über Bratislava. Erinsatzung bei Breslau mit NJ 457 nach Wien-Hauptbahnhof über Cefi. Abfahrt 18 Uhr 24 WTE 5 Bitte beachten Sie in den Bahnhöfen und zügeln Sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Verordnungen und Gesetze. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Gleis 6 steht RB 27 nach Klosterfelde über Schönerlinde, Abfahrt 18 Uhr 33. Gleis 8 steht IC 72, 42 nach Münster Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten D bis E, Abfahrt 18 Uhr 38. Heute 1. Klasse in Abschnitt D, heute defekte fahrzeuggebundene Einstiegshilfe und heute nur eingeschränktes gastronomisches Angebot. Gleis 6 steht D 300 nach Malmö Zentral über Höhe Tastow, Abfahrt 19 Uhr 12. Hinweis, das Rauchen ist in diesem Bahnhofsbereich nicht gestattet. Makha Tastow, Abfahrten, Abfahrt 19 Uhr 37. Verde lay es einfach mal vom Gebulten und auf den Begriff für April 1 3. Und wir experimentation haben, einfach mal alles Kopfammergerungen und heute Principal der Kitas �то namesische Sp Quadra. Alles in diesem Bahnhof kommt sehr bewusst und gerade fest, da Wasser da nicht silence sich, und jetzt sehr ver IRA Media. Immer davon sehen Sie die Uhr, bis zum Abfahrten und nostετε fühlen Sie die Uhr zeich plats, immer alle in unserem einen Komendien geven zu eisen, die Uhr bei ihrem Schausischen Spar catalans ranking було, sie erlaubt den Арteicket Mum- und da haben Nachf olduğunu beden können und an였습니다en quasi herausgefokaymen. Vielen Dank.